Finale, oh, Pauli steht im Finale, oh, 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 oh. Hey, ihr schon wieder? Pauli steht im Finale und ich kann euch sagen, zu Recht. Schon bei unserem letzten gemeinsamen Trip hab ich ihm gesagt, du wirst es an die Spitze schaffen. Doch er wollte lieber Essen bestellen. Pauli ist kein oberflächliches Tier. Er hat schon einiges erlebt und muss sich immer erklären. Ich hab ihm immer gesagt, lass dich nicht in eine Schublade stecken. So schaffte er es immer wieder ganz nach oben. Jetzt auf der Bühne ist er einfach nur frei. Schreibt sein eigenes Buch. Pauli, ich bin einfach nur stolz auf dich. Schreib deine Geschichte zu Ende und hol dir den goldenen Pokal. Und ey, pst, kleiner Tipp von mir. Bei Paulis nächsten Aufritt genau hinsehen. Er hat einen Lied versteckt. Wer suchet, der findet. Pauli steht im Finale, oh, oh.